Eka-Hasta Adho Mukha Vrikshasana ist der einarmige, nach unten schauende Baum, mit anderen Worten, der Handstand auf einer Hand. Normalerweise machst du den Handstand auf zwei Händen, aber du kannst eben auch eine Hand heben und dann bist du ein Eka-Hasta in dem einarmigen Handstand. Das ist eine große Herausforderung, die viel Kraft und Gleichgewicht braucht.